Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Test. Heute gibt es für euch die Vogelschreck-Batterie von Blackbox. 7,70 Euro haben wir im Pyroladen dafür bezahlt. Es hat 16 Schuss und ich bin richtig gehypt darauf. Viel Spaß beim Test. Loll, die war schon offen. Die war einfach schon offen, da ist wahrscheinlich gar keine drin. Okay, ist eine drin. Okay, gut. Vogelschreck-Batterie. Ja, das ist meine Lieblings-Batterie. Schneider-Boritz hat sich der Rot-Zugall. Sehr schön. Vielen Dank.